Schicksalswoche. Dein Wochenhoroskop vom 29.07. bis 4.08.2024. Willkommen zu unserem Wochenhoroskop für die aktuelle Woche. Entdecke, welche Überraschungen und Herausforderungen die Sterne für dich bereithalten. Lass uns gleich loslegen. Was hält das Universum für dich bereit? Finde es jetzt heraus und erfahre, welche Einflüsse dein Sternzeichen in den kommenden Tagen prägen werden. Die Sterne warten nur darauf, dir ihre Geheimnisse zu offenbaren. Widder. Neue berufliche Chancen könnten diese Woche auf dich zukommen. Sei aufmerksam und nutze sie klug. Vergiss dabei nicht, auf deine Gesundheit zu achten und ausreichend Pausen einzulegen. Stiere. Diese Woche steht ganz im Zeichen der Liebe und Romantik. Genieße die gemeinsamen Momente, aber sei finanziell vorsichtig. Unüberlegte Ausgaben könnten dich aus dem Gleichgewicht bringen. Zwillinge. Kommunikation ist dein Schlüssel zum Erfolg. Nutze deine Worte, um Missverständnisse zu klären und neue Kontakte zu knüpfen. Spannende soziale Ereignisse könnten diese Woche auf dich warten. Krebs. Jetzt ist die perfekte Zeit, um sich um dich selbst zu kümmern. Gönn dir Ruhe und achte auf deine Bedürfnisse. Familienentscheidungen stehen an, also handle bedacht. Löwe. Deine kreativen Ideen werden diese Woche besonders florieren. Vertraue auf dein Selbstbewusstsein und zeige, was in dir steckt. Es ist deine Zeit zu glänzen und zu inspirieren. Jungfrau, Struktur und Ordnung sind jetzt deine besten Freunde. Organisiere dich gut und du wirst Erfolg haben. Überdenke auch deine Gesundheitsroutine und finde neue Wege, um fit zu bleiben. Waage. Neue Partnerschaften könnten dir diese Woche begegnen. Sei offen für neue Verbindungen und halte dein finanzielles Gleichgewicht im Auge. Deine Stabilität wird dir zugutekommen. Skorpion. Tiefgründige Gespräche prägen deine Woche. Sei bereit für Transformation und Wachstum in deinem Leben. Nutze diese Zeit, um alte Muster zu durchbrechen und dich weiterzuentwickeln. Schützen erleben in dieser Woche ein aufregendes Abenteuer. Reisen und neue Lernmöglichkeiten eröffnen sich. Es ist die perfekte Zeit, um den eigenen Horizont zu erweitern und neue Kulturen zu entdecken. Steinböcke können sich auf berufliche Erfolge freuen. Es ist wichtig, die Work-Life-Balance im Auge zu behalten. Achte darauf, dir genügend Pausen zu gönnen und Stress zu vermeiden. Wassermänner sollten ihre sozialen Netzwerke nutzen. Innovationen im Alltag bringen frischen Wind. Kreativität und neue Ideen sind gefragt, um das Leben aufregender und erfüllter zu gestalten. Fische verlassen sich auf ihre Intuition und finden kreative Inspirationen. Diese Woche bietet die Möglichkeit, tief in die eigene Fantasie einzutauchen und neue Projekte zu starten oder alte wieder aufleben zu lassen. Insgesamt verspricht diese Woche spannende Entwicklungen für alle Sternzeichen. Ob beruflicher Erfolg, neue Abenteuer oder kreative Inspirationen, das Universum hält für jeden etwas bereit. Bleibe offen und neugierig. Die letzten Wochen waren voller Überraschungen und Herausforderungen. Wie haben sich die Sterne auf dein Leben ausgewirkt? Vergleiche deine Erfahrungen und entdecke, wie du gewachsen bist. Welches Sternzeichen bist du? Erzähle uns in den Kommentaren und teile deine Erlebnisse dieser Woche. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und zu lernen. Nächste Woche erwarten dich spannende astrologische Einblicke und Themen, die dein Leben bereichern werden. Sei gespannt auf neue Möglichkeiten und Erkenntnisse, die dir die Sterne bringen werden. Abonniere unseren Kanal, um immer dein aktuelles Horoskop zu erhalten. Vergiss nicht, das Video zu liken und zu teilen, damit auch deine Freunde informiert bleiben.